Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Plakate Hauptmögliche Marsch. Wir setzen unsere Arbeit fort mit Dürgengleich Feld 13. Jetzt haben wir irgendwie vergessen, aber es macht nichts, es ist nicht zu spät. So, kommen wir vorbei. Wir sehen uns schon. Oops. Ich muss den Ball anschauen. Jetzt fahren wir gleich rein, das ist noch selbst schuld. Mal schauen mal hinten, das Gewicht. Was ist der Kühne? Okay. Oh, look out. Oh, mal hier schnell. Dung, dung, dung. Bitte kommers. Ach, da haben wir nicht Hilfe bekommen. Ach, hier liegt auch. Der Grillgut. So, wir wollen ein bisschen zaubern. So, das hatten wir ganz kurz. So, wir wollen ein bisschen zaubern. 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 Oh, holla habe ich vergessen. Er macht nichts. 오케이 wei. относ Gut. Entwirk. Schauen wir den nächsten Abend an, Stroh, Stroh, ja. So geht. Läuft. Lenker nicht. Er wird noch keine Zeit. Läuft. 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 Probieren. So, machen wir weiter. Nächste Aufgabe ist jetzt hier abdecken. Wir müssen eigentlich Gras mähen. Gras mähen und Bäume haben. Dann machen wir vorne das Gerät ab. Schon zu weit. So, wechsel mit meiner Funktion. Gehen wir mal Außenansicht. Jetzt holen wir uns mal das B weg. Wie gesagt, sind wir da drin. Jetzt machen wir die Heu. Heu für die Viecher. So. Das anhängen. Mal schauen. Mal schauen. Okay. So, im Moment. Der macht nur schwarz. Ist doof. Egal. Oh, jetzt kommt unser Helfer, ey, verstaubt, brauchen wir alles, weder mal. Jetzt hauen wir schnell zur Wiese und weichen uns noch nie vor. Zeit für eine Schlechtgestelung. Zeit für eine Schlechtgestelung. Zeit für ein Superminder. Zeit für eine Schlechtgestelung. 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 Das haben wir hier. Wir haben uns mit Glück behalten. Da haben wir das Glas. Ja, ein halber Name. Aber einen feinen Faktor haben wir jetzt keinen. Doch, doch haben wir, haben wir, haben wir. Haben wir, haben wir, können wir gleich nehmen. Wir werden gleich schnappen uns das Gerät. Wir werden gleich heute machen. So, wir haben gerade die Wendung, oder? Regen. So. So. Dann fangen wir aus zur Wiese 25. Oh, Gasgate. Keine. Nur 10 Minuten. So. 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 Ist das noch mal ein Knie? Ich habe mir aber noch ein Knie. Ich hab mir was gekauft. Ich muss mal arbeiten. Ich hab mir was gekauft. Ich hab alles. Ich hab mir garantiere. Ich hab noch ein Trouble. Ich hab noch ein Trouble. Oh. Schöne Preise. Wir haben ein bisschen Sojaauflage. Gibt es noch einen guten Kreis. Feld aber. Gibt es noch ein Trouble. Gibt es noch ein Trouble. Kras. Hopfen. Hafen. Hafen. Na ja, die ganze blaue. Hafen zu Hafen. Gibt es noch ein Schöne. Gibt es noch ein Schöne. Das ist noch ein Schöne. Ich bin ein Schöne. Ich bin ein Schöne. Ich bin ein Schöne. Fahnt die bloß voll? Oh. Fahren wir den nächsten fort? Ja, dann machen wir kurz eine Frage für den Hauptverkauf. Alle müssen warten. Alle kommen mehr Platz da. Ja. 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 Oh, schon ein Kurven hier. Oh, schon ein Kurven. So, hopf, ein bisschen Geld unter die Kasse kommt. Oh, schon ein Kurven. Oh, das war's. 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 Oh, als wir das so gemacht haben. Das soll es für heutige Folge gewesen sein, ich hoffe es hat euch gefallen, ich würde mich freuen über ein Like, ich sage schonmal Danke, ich würde mich auch freuen über ein Abo, ich sage auch immer Danke, wir sollen uns wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao, bis bald.